Musik Ich bin Fustin. Ich stehe gerade in der Stadtteilbücherei BILG. Die Bücherei können alle besuchen, die das Interesse am Lesen haben. Frau Lesendlos, wer kann hier hinkommen? In die Bücherei darf jeder kommen, zu unseren Öffnungszeiten, zum Zeitunglesen, Kaffee trinken, Hausaufgaben machen oder einfach um sich umzuschauen oder sich zu unterhalten. Wie lange ist die Bücherei geöffnet? Die Bücherei ist geöffnet von montags und donnerstags 14 bis 19 Uhr und am Mittwoch und Freitag morgens von 11 bis 1 und von 14 bis 17 Uhr. Außerdem haben wir noch samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Man kommt hierhin mit der S-Bahn S28 oder S11 BILG Bahnhof. Man kann hier sehr interessant die Freizeit verbringen. Ich zeige euch, wie kann man eine TVD oder Bücher ausleihen. Das ist ein Büchereiausweis, den müssen wir hier legen und danach die Bücher oder die TVD hier legen. Da sieht man drei Sachen. Dann müssen wir noch fertigstellen. Das bekommen wir nur wie ein Kassabon. Und das hast du ausgeleint. Das ist ein Büchereiausweis. 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 Das ist ein Büchereiausweis.